Ich bin Philipp, das ist Luis und mache zusammen eine Ausbildungs-Landschaftsgärtner bei der Firma Appisberg. Unsere Gärtnerei ist ein Biobetrieb. Alle Pfeines werden biologisch, ohne Gift und Chemie hergestellt. Wir sind viele Kundengeräte und eine der Arbeiten, die wir dort ausführen, ist das Heckenzucker zu vornbringen. Ausserdem schauen wir, dass sie nicht zu gross werden. Je nach Pflanze machen wir das 1-2 Mal im Jahr. Wir machen auch regelmässig Rasen und schauen, dass ihr die optimale Höhe habt. Ein Vorteil im Appisberg ist, dass man mit dem Berufsbildner auf einem Areal üben kann, was uns mehr Sicherheit für unsere Ausbildung gibt. Wir arbeiten vor allem im Gewächshäuser, aber auch in der frischen Luft. Nach Kundenwünsche setzen wir verschiedene Pflanzen und schauen, dass sie richtig gepflegt werden. Als Landschaftsgärtner muss man wetterfest sein und Freude an der Natur haben. Dazu sollte man gerne körperlich Schafe und Interesse an Pflanzen haben. 1-2 Mal im Jahr machen wir die Wiese. Das macht mir als Pflanze schön zu entwachsen. Unsere Gärtnerei hat auch eine Produktionsabteilung. Dort lernst du den Beruf Gärten mit der fachrichtigen Zierpflanzen und Produktion. Als Zierpflanzingerer kennst du viele Pflanzen und musst wissen, was sie brauchen. Bei der Arbeit braucht es Fingerfertigkeit und eine gute Beobachtungsgabe. Ich hoffe es hat euch gefallen und wenn es für euch Interesse gewirkt hat, meldet euch doch bei uns.